Neun verletzte Personen gab es am Mittag auf der A10 auf Höhe der Raststätte Michendorf bei einem Auffahrunfall, in den fünf Fahrzeuge verwickelt waren. Laut Polizei gab es zunächst vor Ort einen Stau, sodass die Verkehrsteilnehmer bremsen mussten. Das übersah offenbar der Fahrer eines BMW, er krachte in seinen Vordermann, der wiederum mehrere Fahrzeuge nach vorne schob. In Richtung Berlin war die A10 zunächst vollgesperrt, später konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.